Lars, wen nehm ich? Das darfst du ja auch so. Ey, was ist das hier? Mach den PC weg. Lars, das ist ein Doppelkampf. Ein Kampf von Mann zwischen Mann. Du nimmst ein Mii. Nein, ich nehm kein Mii. Doch, du hast gefragt, wenn du unheimlich sagst. Ja, außer Mii. Mii ist Kacke. Rob. Ja, ich nehm den Mii. Nee, nee, stimmt. Olimar. Nee, nicht Olimar. Olimar ist die größte Kacke der Welt. Darf ich nie einfach Mewtwo nehmen? Nee, Olimar. Oder Kirby? Olimar. Oder lass Pumeloch, bitte. Olimar. Pumeloch. Olimar. Pumeloch. Olimar. Olimar. Och, du Lappen. Olimar. Mann, dann lass mich wenigstens Alf nehmen. Bitte. Weil Alf ist sexy. Äh. Yeah. Alter, mit pinken Haaren. Okay. So, so. Dafür darf ich auch Stichus nehmen. Ne, hä, was dafür darfst du? Darfst du gar nicht? Oh, ich bin ja der Zweitspieler, ne? Ye. Was nehmen wir denn? Und die Haar zu quälen. Ich hab sowieso keine Rechnung. Da würde ich hier irgendein Omega. Äh, das hier, weil das Pokémon ist. Omega? Dann musst du schon, äh, ohne Omega nehmen. Ne, Omega ist cool. Aber ohne Omega, dann quälst du nicht mehr. Ich töte deine Pikminen. Olimar ist der größte Lappen der Geschichte der... Das ist, äh, Ralf oder Alf. Das ist, ja dann, Alf Ralf ist doch wurscht. Oh, ich hab mal getötet. Ich kann halt mit Olimar gar nichts. Oh, sorry, ich meinte Alf. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der überhaupt vernünftige Attacken hat. Ich glaub, der macht alles nur mit seinem... ...Fickminen. Oh. Das haben wir ja nochmal. Immer wenigstens... Hey, das war fair. Ich hab's extra gemacht damit. Ja. Er hätte ihn auch gleich ausstellen können. Nein. Ich ne... Nächstes Mal aktivier ich ihn, wenn du so undankbar bist. Ich krieg ihn hier ein. Du hast ja eh keinen Attacken. Ah, ein Olimar! Eigentlich kann ich mich hier hinstellen. Du machst auch eh gerne Attacken. Der Maul. Es liegt vielleicht daran, dass Olimar scheiße ist. Du brauchst neue Pikminen zu bringen. Mann, meine Füße jucken. Eine Pikminen ist schlecht. Haha. Oh, voll getötet. Siehst du da? Dann liegt er auch. Jetzt bumm sich die Schwickrotter. Voll getötet. Den Nächsten. Ich töte sie alle. Ich kill dich mit Olimar, sag ich dir. Weil ich probe. Alf. Alter, mit Alf halt. Ist mir doch Schnuppe. Das ist Alf. Das muss man respektieren. Wenn wir ihn schon zufrieden kommen müssen. Fuck. Da sterben sie schon wieder. Oh, die armen Pikmine. Du wirst dich nicht vermehrt. Aua. Das sind wenigstens meine Freunde. Meine einzigen Freunde. Nee, du vermehrst dich. Ich vermehr mich. Ja, du vermehrt dein Pikminen. Ich pflanze mich fort mit meinen Pikminen. Nö. Mit Olimar. Ja, Olimar mit seinen Pikminen. Nein, das ist Alf und Olimar. Die pflanzen sich fort und dann kommen Pikminens raus. Ach so, ja. Weil Alf und Olimar sich paaren oder... Ja, genau. Macht Sinn. Mann, kann ich dich mal... Ja, die alle adoptieren dann halt Pikminens, okay? Ja, und wo kommen die her? Ja, die werden geboren von anderen Pikminens. Wo kamen die ursprünglich her? Wann haben die Pikminens? Nimm meinen Wasser-Typ. Nimm meinen lila-Typ. Nimm meinen roten. Nimm meinen blauen. Ja, das ist ein Feuer-Typ. Oh, da ist schon wieder jemand gestorben. Oh, ich hab ein Elektro... Oh, das kriegt der nie... So, jetzt pass auf, jetzt... Knall... Du mit deiner Rakete, ey. Ah nee, warte, erst mal... So... Meine Smash-Attacke ist so ein Müll. Guck dir das an. Ja, endlich mal. Easy. Easy peasy. Sieht man da überhaupt noch was auf dem Bildschirm? Diese Dunkelheit. Meine... Meine Knie zittern bloß langsam, weil... mein Arsch weh tut, weil ich die ganze Zeit auf meinem scheiß... Steißbein liege. Ich hab nur verloren, weil ich Olimar gespielt hab. Olimar ist kacke. Oh, kann ich mich kurz ausruhen? Aua. Ah, mein Arsch. Von fünf Minuten. Ja, das ist... Ja, noch ein Kampf, bitte. Bitte, bitte. Jetzt nehm ich Pummelow, weil ich... Pummelow cool finde. Ich nehm das... Ich nehm den mit der Mütze. Ja, nämlich müsste Amerika haben. Ich muss bloß noch... Das Handy hier... ...wieder zwischentun. Zwischen meine Beine. Zwischen meine Beine. Zwischen meine Beine reinschieben. So gut, dann darf ich jetzt auch eine Stage-Aus suchen, sagst du? Was nehmen wir denn da, um dich zu quälen? Ach, ist mir doch wurscht. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Middlemec ist scheiße. Hinrunde, Rückrunde gewinne ich auch. So, du weißt jetzt wie gefällig der ist, ne? Ja. Scheiße, das war die falsche TASTE! Das kann ich eigentlich. Ja, mit Pummer noch nix. Alter, ich bin... Bruch wir, was den angeht. Lalalalalala. Stirb. Okay. Oder wie Papa jetzt sagen würde, scheiß die Wand an. Du willst mich quälen, du schaffst das aber nicht. Was? Du willst mich quälen, du schaffst das aber nicht. Ich schaffe alles. Sieges-Faust. Loll. Was tue ich in meiner Verzweiflung? Aua. Die sich das irgendwann mal ansehen werden, denken sich, oh Gott, wie geil ist denn Lars im Smash-Boss. Alter, nein. Ich bin der Beste, guck mich doch an. Kann man ja sehen, ne? Ja man, Littlemec ist halt einfach der behindertste Charakter im ganzen Smash-Boss, Alter. Niemand will ihn außer dir. Oh doch, das ist so ein ganz cooles. Ja, oder irgendwelche Leute, die nicht verlieren können. So wie du. Bitte. Quajutsu nimmt man auch, wenn man nicht verlieren kann. Nein, Quajutsu ist... Prummelhof nimmt man auch, wenn man... Halt deinen Maul. Du hast zum Beispiel deine eigene Attacke, da mit deinem Einschläfern. Die haut einfach so raus. Ja, wenn ich sie mal treffen würde. Aber Littlemec, der ist ja dauerhaft OP. Um diese Attacke zu treffen, muss man ja auch ein bisschen Skill haben. Ja, hast du ja nicht. Der Maul, ich hab wohl sehr wohl Skill. Ja, und warum hast du das noch nie getroffen? Ja, jetzt nicht, aber... Hallo, ich hab Attacke gemacht, ja. Ich hab Konter gemacht, ich muss jetzt auch einschlafen. Hä, warum haust du schon wieder ab, Mann? Ja, weil der... Warum tue ich das? Weil du schlecht bist. Der Maul. Ich bin gar nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Das ist der Vorführeffekt. Jetzt, wo es hier auf Kamera ist, bin ich automatisch scheiße, weil ich so aufgeregt bin. Ja, genau. Ja. Aufgeregt vor was denn? Aufgeregt vor... Verlieren. Mann! Keiner trifft mehr keinen. Oh shit! Oh mein Gott, werde ich gewinnen? Werde ich gewinnen? Oh mein Gott! Scheiße! Äh, Lars, eine Frage. Ja? Warum bist du so schlecht? Wie bitte? Hallo, Süßer. Übrigens, du hast ja Pumelo früher nur genommen, ne? Nein. Doch! Jeder zweite Kampf Pumelo... Äh, Quatsch... Quatschuzo meine ich. Ja, Quatschuzo. Ja, den habe ich damals gerne gespielt. Den spiele ich auch heute immer noch. Ja, weil du nicht verlieren konntest! Nein! Weil du nicht verlieren konntest! Mann, mit Quatschuzo braucht man Skill, um zu gewinnen. Mit Little Mac braucht man gar nichts. Bitte! Warum ist die Knöpfe drin? Ja, Lars, wenn Quatschuzo so OP ist, dann spiel ihn doch, Lars. Fühl mir vor, fühl mir vor, wie du ihn spielst. Ja, so ein bisschen Lico braucht man ja schon, ne? Ja, los, mach! Spiel Quatschuzo. Äh, Quatschuzo. Frau, ein bisschen Lico braucht man. Und ich spiele Kirby, ok? Oder nein, ich spiele irgendwen, den ich gar nicht kann. Äh... Olima. Halt deine Maul, nicht Olima. König DDD. Kann ich auch. Pikachu kannst du ja sowas von jetzt... Hä, ich hab doch gar nicht Pikachu gewählt. Ich kann den auch hier tun. Wolltest du aber nie. Woll ich gar nicht. Kann doch... Junge. Äh... Schöner Stadt, Junge. Ich nehm einfach, ähm... Oh Gott, der soll ver... Moin, Moin! Was geht's denn jetzt? Ich nehm einfach Glorak. Mhh... Ja, von mir aus den Gelben... Lass uns einen Baum fällen! Nix für Tegefälle. Nein, die daneben, die daneben. Oh, danke! Oh, bitte! Omega! Ah, mach kurz den Baumpflanz! Omega ist genüsslich! Ja! Ja! Lars, du weißt schon, das ist ein ernstes Battle, ja? Achso, na dann! Lass uns ein Holz! Ich hab mein Holz! Ich hab mein Holz! Willst du jetzt meinen Bauch verbrennen? Ja! Ey, lass uns das mal machen, bitte! Ja, okay! Oh, verbrennen rum! Sparen in deinen heißen Atem! Los! Ich brutzel jetzt in den Baum! Warte, pass auf! Ja, ich hab mir noch gefällt in letzter Sekunde! Wir sind beide tot! Jetzt lass uns ein faires Battle machen! Hier, ich hab sogar Holz! Alter, das lass ich nicht auf mir sitzen! Ich hol das runter! Ich bin zu viel! Ja, ja! Ott, kannst du bitte deine Flamme irgendwo... Ja, flambiere ich meinen Baum! Was soll ich flambieren? Oh, shit! Ich will es! Ich krieg es! Nein! Alter, warum krieg ich den nicht? Geh weg! Yeah! Milder Lorak! Nicht cool! Das ist fair! Feuersturm! 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 Oh! Turbo-Tempo! Turbo! Alter! Mann, ich wollte Turbo-Tempo! Ey, das ist noch nix für dich, Kleiner! Das ist noch nix für dich! Du bist noch nix für alt! Du bist noch nix für meihin! Du bist zu schwach! Das Holz ist noch nix für dich! Alter! Das ist richtig gut ersprochen, muss man sagen! Du bist noch nix für mich! Du bist noch nix für mich! Du bist viel zu schwach für mich! Du bist noch nix für mich! Du bist noch n measurements zu klein für mich! Genau! Also, Lars... Ähm... Oh Gott! Gott, Mann! Lass du mir gefallen und spiel mal gut. Nö. Okay, dann stirb. Gott, Mann! Tja, du hättest ruhig auch was gewonnen. Ich bin gut, ich hab alle drei Kämpfe gewonnen. Ja, genau. Wenn du Spieler 1 bist, ne? Aber ich bin Spieler 1. Nein, ich bin Spieler als Speicher. Hier siehst du, Spieler 1 tut jetzt das. Schön für Spieler 1.